Ein Kreis, das ist die Menge der Punkte, die alle in einem selben Abstand von einem angegebenen Punkt entfernt liegen. Dieser angegebene Punkt wird Zentrum des Kreises genannt und der angegebene Abstand wird Radius des Kreises genannt. Alle Berechnungen, die mit einem Kreis zu tun haben, sind verbunden mit der Kreiszahl Pi, stammt vom griechischen Perimetros, das bedeutet Umfang, und der Wert dieser Zahl Pi beträgt ungefähr 3,1416. Die Länge von der Kreislinie nennt man Umfang des Kreises und dieser Umfang wird berechnet durch die Formel Umfang gleich 2 mal Pi mal R. Die Größe von dieser Kreisscheibe nennt man den Flächeninhalt des Kreises A und dieser Flächeninhalt A wird berechnet durch diese Formel Flächeninhalt des Kreises gleich Pi mal R im Quadrat. Ein Umfang ist eine Länge und wird z.B. in Zentimeter ausgedrückt. Ein Flächeninhalt hingegen wird in Quadratzentimeter ausgedrückt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr es gerne liken und wenn ihr mehr Lust auf Mathe habt, könnt ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren.